Grüezi miteinander, mein Name ist Sandra Hodl, ich bin Pferdezüchterin und Ausbilderin von Junge Ross. Zusammen mit meinem Mann, dem Pferdihodl, züchten wir hier auf unserem Betrieb von Warrenberg mit ungefähr 30 Zuchtstunden jedes Jahr Turnierross, das heisst für Dressur und Springen, ausbilden, bis sie Turnier fertig sind. Wir befinden uns jetzt hier im Apfohlstall, da kommen alle unsere Fohlen auf die Welt und ich möchte euch mitnehmen auf der Entstehung von einer Fülle aus einer Spermadösle über Geburt bis hin zum Sportpferd. Der Weg ist lang von der Entstehung von einer Fohlen bis hin zum fertigen Sportpferd. Es würde mich freuen, euch mitzunehmen auf dem Weg und euch Step by Step die ganzen Phasen zu zeigen.